Mittelalterliche Hämmer, betrieben von der Kraft der Flüsse. Erfinder, Ideen, Patente und Firmengründungen in der Pionierzeit der europäischen Schwerindustrie. Albert Böhler war es, der vor 150 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder den Grundstein für die heutigen Unternehmen Föstalpine Böhler Profil und Föstalpine Precision Strip gelegt hat. Wo heute die Unternehmen der Föstalpine stehen, hat die Arbeit mit Stahl eine lange Tradition. Geprägt von revolutionärem Fortschritt, Umstrukturierungen, neuen Technologien und Wachstum. Wir sind die Erben bahnbrechender Erfindungen und sind uns dieser Verantwortung bewusst. Heute zählen die beiden Unternehmen zu den erfolgreichsten ihrer Divisionen. Die Föstalpine Böhler Profil ist mit mehr als 5000 unterschiedlichen Spezialprofilformen einer der weltweit erfahrensten Anbieter von Profilstahl. Föstalpine Precision Strip ist Hersteller von kaltgewalzten Bandstahlprodukten für höchste Qualitätsanforderungen. Was macht den Erfolg der beiden Unternehmen aus? Föstalpine Böhler Profil ist Weltmarktführer in definierten Zukunftsmärkten für hochqualitative Produktlösungen. Die Spezialprofile bieten für jede Anforderung und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Die Produktion umfasst unter anderem Industriemesser für die Holzplattenindustrie, Hobel-, Säge- und Zellstoffindustrie. Vor allem im nordamerikanischen Markt. Dort wo Häuser mit OSB-Platten gebaut werden, ist das Unternehmen die Nummer eins. Weitere wichtige Anwendungsbereiche sind Spezialprofile für Triebwerks- und Strukturbauteile von Flugzeugen sowie Komponenten in Gas- und Dampfturbinen der Energieindustrie. Aber auch im Bootsbau, Maschinen- und Anlagenbau, in der Textilindustrie oder beim Förderanlagenbau kommen Spezialprofile aus Bruckbach zum Einsatz. Föstalpine Precision Strip ist Pionier in der Laserschweißtechnik für Bimetallbänder für die Metallsägenproduktion. Mehr als die Hälfte aller Metallsägen weltweit sind mit Fuhrmaterial aus Böhlerwerk gefertigt. Egal ob industrielle Metallbandsägen oder Stich- und Säbelsägeblätter im Handwerk. Auch beim Sägenstahl für Holz, Stein- oder Lebensmittelsägen oder bei Stanzlinien für die Verpackungsindustrie ist die Föstalpine Precision Strip Weltmarktführer. Beeindruckend, mit den vielen Millionen Metern Bandstahl wird fast jede dritte Verpackung weltweit mit Werkzeugen aus Böhlerwerk gefertigt. Das Unternehmen ist immer erster Ansprechpartner, wenn es um hochqualitative Präzisionsbandstahlprodukte für Anwendungen aller Art geht. Darunter Schweizer Taschenmesser, elektronische Bauteile, Bauteile für Schweizer Luxusuhren oder Turbinen. Damit auch in Zukunft erfolgreich Unternehmensgeschichte geschrieben werden kann, muss jedes wirtschaftliche Handeln auch nachhaltig sein. Deshalb führen beide Unternehmen seit vielen Jahren zielgerichtete Aktivitäten durch, um die Energie- und Ressourceneffizienz zu steigern, den Umweltschutz zu verbessern und um den Mitarbeitern den bestmöglichen Gesundheitsschutz bei maximaler Arbeitssicherheit zu bieten. Alle Entscheidungen werden unter Berücksichtigung der langfristigen Auswirkungen getroffen. Denn wir wollen unsere Welt für zukünftige Generationen schützen und erhalten. Die nächsten 150 Jahre und darüber hinaus.